Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 12. Juni. Ja, heute dabei Vodafone, nochmal Vodafone, Twitter, Snapchat, Facebook und Instagram. Also eine Vodafone- und Social-Media-Sendung anscheinend. Und ja, die CeBIT hat begonnen. Und auf der CeBIT hat Vodafone nun bekannt gegeben, dass auch sie ins Gigabit-Geschäft einsteigen. Und zwar sollen Düsseldorf und Frankfurt schon ab September die ersten beiden Gigabit-Städte im Mobilfunk sein. Tja, klingt erstmal super. Was das hinterher bedeutet, muss man nämlich sehen. Und zwar ist Gigabit eine schöne stolze Zahl, was aber letztendlich beim Kunden ankommt, hängt ja von vielen Faktoren ab. Aber in der Praxis soll man so wohl weit über 700 Megabit pro Sekunde nutzen können. Zusätzlich wird in ländlichen Gebieten auf 5G Beam gesetzt. Das ist eine Technologie, die da auch für bessere Empfang und Geschwindigkeit sorgen soll. Und falls es euch betrifft, ihr also Vodafone-Kunden seid, aus Düsseldorf, Frankfurt oder generell interessiert, in den Shownotes ist ein Link, da ist auch das Video der Präsentation und noch weitere Informationen, was Vodafone da so vorhat. Und eventuell auch wie die Konkurrenz dann reagieren wird. Und wenn wir bei Vodafone schon sind, die haben noch was anderes bekannt gegeben. Denn sie wollen jetzt gegen die Funklöcher angehen, die es auf Autobahnen und im Bahnverkehr gibt. Das kennen wir bestimmt auch alle auf der Autobahn oder besonders auch in der Bahn. Funktioniert das Netz nicht immer so. Und das soll jetzt wirklich angegangen werden. Bis Ende 2019 sollen zum Beispiel auf allen ICE-Strecken als auch auf Autobahnen keine Funklöcher mehr da sein. Und dafür bauen die halt 700 weitere Mobilfunk-Basisstationen mit LTE in diesem Jahr. Aber modernisieren auch die alten Basisstationen, die schon existieren. Schöne Sache. Hoffentlich ziehen da auch die Konkurrenten mit, zum Beispiel die Telekom. Das würde mich dann wiederum freuen, denn ich bin ja Telekom-Kunde und kämpfe ja des Öfteren auch mit der Netzabdeckung an genau diesen Stellen. Jetzt geht es aber in die große Social-Media-Ecke, wie wir ja schon am Anfang kurz angekündigt haben. Fangen wir mit Twitter an. Twitter hat einen neuen Hashflag am Start. Hashflag, das sind Icons, die durch einen Hashtag getriggert werden. Oder Icons, besser gesagt Emojis öfters auch. Und der Donald Trump trifft sich ja mit, wie heißt der Kollege, Kim Jong-Un. Genau, von Nordkorea jetzt in Singapur dieser Tage. Und wenn man jetzt dort den Hashtag Trump-Kim-Summit eingibt, dann wird daraus automatisch ein neuer Hashflag und in dem Fall ein High-Five von zwei Händen. Und die eine Hand hat eine amerikanische Flagge, mehr oder weniger erkenntlich, auf dem Ärmel und die andere, oder Farben, amerikanische Farben und die andere entsprechend nordkoreanische. Ja, wie das dazu passt, dass ja auch Twitter auch eher Trump-kritisch ist, man weiß es nicht so. Und man jetzt auch argumentieren könnte, dass der Kollege Kim jetzt auch nicht unbedingt der demokratische ist. Naja, jedenfalls, es ist ein bisschen komisch, sonst wird das auch oft für Promotions von Coca-Cola eingesetzt, dieser Hashtags. Oder auch ganz oft, und das wird wohl demnächst auch wieder anstehen, bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Gehen wir zum nächsten. Snapchat. Die haben jetzt eine Funktion angekündigt, die wird jetzt ausgerollt, die Facebook auch schon mal angekündigt hatte, aber auch irgendwie nicht mehr rausgebracht hat. Denn man wird auf Snapchat nun Nachrichten zurückholen können. Denn, sprich, Nachrichten, die man im Chat geschickt hat, kann man zurückholen, in Anführungsstrichen. Das bedeutet eigentlich dann löschen, nachträglich. Oder wenn derjenige sie noch nicht gelesen hat, dann kann man sie auch zurückholen und löschen. Das ging bisher nicht. Der Gegenpart bekommt auch eine Info. Und A, eigentlich eine schöne Sache. Aber B, natürlich auch kann man sowas wieder negativ benutzen, indem man, wenn man halt Bullowing macht oder ansonsten irgendwelche Belästigungen, die kann man ja schicken und dann wieder zurückziehen. Und dann ist das auch nicht mehr unbedingt alles nachvollziehbar. Das finde ich halt unter dem Aspekt halt schon heikel. Da muss man genau gucken, wie wird sowas umgesetzt und welche Risiken bestehen da. Ja, das dazu. Zusätzlich zu Snapchat gibt es noch die Info, dass die neuen Spectacles, also die Version 2, in Amerika mittlerweile auch auf Amazon angekommen sind und auch dort bestellt werden können. Jo, und rüber zur nächsten Nachricht im Bereich Social Media. Und das ist Facebook. Die haben eine neue Seite gelauncht innerhalb von Facebook. Und zwar die Seite Memories, also Erinnerungen. Und dort sammeln sich, gruppieren sich alles an Erinnerungen, die so Facebook für Erinnerungswert hält. Also sie wollen da wohl schon gucken, dass sie nicht die negativen und schlechten Erinnerungen nach vorne holen. Ja, das kennt ihr vielleicht. Facebook hat das Feature ja schon länger eingeführt. Man bekommt alle paar Tage mal so ein, heute vor so und so vielen Jahren als Erinnerung angezeigt. Oder auch so kleinen Videos, wenn man seit x Jahren befreundet ist mit einer Person auf Facebook, dass Facebook da was zusammenstellt. Und davon wird es eben noch mehr geben. Und das alles dann gruppiert in den Bereich Memories. Mit der Hoffnung, dass die Nutzer da öfter reingucken und eventuell daraus natürlich dann auch in ihre Timeline etwas teilen. Ich habe es noch nicht freigeschaltet bekommen. Mal gucken, wann es bei mir freigeschaltet ist. Aber es sollte jetzt auch rausrollen. Also guckt mal bei eure Facebook App rein und vielleicht habt ihr ja die Funktion schon. Und im Hause Facebook bleiben wir auch zum Ende des Dailies heute und zwar bei Instagram. Die haben jetzt Reporter eingeladen am 20. Juni für eine Ankündigung. Ja, das passiert bei Instagram ja eher selten. Die werden ja oft im Rahmen von Facebook Events mit angekündigt oder gar nicht großartig. Es wird einfach rausgegeben, die Info. Jetzt wird wirklich mit großem Tram Tram anscheinend die nächste Snapchat Kopie eingeläutet. Und zwar ein Video Hub, so im Stile von Snapchat Discover. Wo halt neue Inhalte von Creatern reingestellt werden können und wo sich Instagram wohl hofft, irgendwo eben zwischen Snapchat und YouTube zu platzieren mit langen Videoformaten. Dementsprechend, wo Leute länger gucken, länger interessiert sind, länger auf der Plattform bleiben. Die Creator können dort dann auch rauslinken, also aus Instagram raus, was ja immer ein Thema ist. Und entsprechend werden die Sachen natürlich auch monetarisiert. Ich bin gespannt und Instagram wird da immer mehr und immer größer. Hoffentlich verlieren sie nicht ihren Kern. Aber bislang haben sie das eigentlich alles ganz gut umgesetzt. Von daher, ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, ob ihr morgen wieder zuhört. Ich wünsche euch einen guten Dienstag. Ich werde gleich auf die CeBIT und vielleicht haben wir morgen auch mal ein paar CeBIT News. Obwohl, Vodafone hatten wir ja heute schon dabei. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.